Hi, mein Name ist Kevin und ich erkläre euch heute einmal, was Rekuperation bedeutet. Kommt mal mit. Rekuperation bedeutet Energie-Drückgewinnung. Diese dient dafür, damit man bei den Elektrofahrzeugen den effizientesten Wert fährt. Sprich, umso öfters du rekuperierst, desto höher wird die Reichweite. Der Eco-Assist, der ist bei den Fahrzeugen immer aktiviert und dieser entscheidet, wie stark die Rekuperation abhängig von den Navigationsdaten und Verkehrslagern aktiviert ist. Wie zum Beispiel, wenn man jetzt an den Kreisel anfährt, das Auto bremst dann schon automatisch mit ab. Wenn man dazu dann noch einmal die Fahrschule B einlegt, dann verstärkt man nur noch einmal die Rekuperation und man sieht ganz, ganz gut, wie die Energie zurückgewöhnen wird. Bei den blauen Balken kann man nämlich super sehen, wie der Verbrauch jetzt gerade bei dem Auto ist. Und bei der grünen, wenn ich jetzt vom Gas gehen sollte, einmal die Rekuperation. Volkswagen